Hier ist eine neue, sehr angesagte Hunderasse. Der Blue Bay Schäferhund. Dieser Hund wurde in den Vereinigten Staaten gezüchtet, mit dem Ziel einen Hund zu schaffen, der einem Wolf ähnelt, aber einfacher zu erziehen und anhänglicher als Wolfshunde ist. Er wurde durch die Kreuzung von blauen deutschen Schäferhunden mit Wolfshunden und anderen geheimen Rassen geschaffen. Das Ergebnis ist beeindruckend. Der Blue Bay Schäferhund hat die physische Erscheinung eines Wolfs mit einem proportionalen Kopf, einer verlängerten Schnauze, Spitzenohren und klaren, durchdringenden Augen. Sein Fell kann blau oder grau sein, was ihm ein mysteriöses und faszinierendes Aussehen verleiht. Er misst zwischen 70 und 85 Zentimetern und wiegt zwischen 40 und 55 Kilogramm. Aber der Blue Bay Schäferhund ist nicht nur ein schöner Hund. Er hat auch einen sanften, liebevollen und intelligenten Charakter. Er ist sehr an seine Familie gebunden und liebt Zeichen der Zuneigung. Er ist auch energisch, verspielt und fröhlich. Er ist ein ausgezeichneter Familienhund und versteht sich gut mit Kindern, bei denen er Leidenschaft und Positivität zeigt. Der Blue Bay Schäferhund ist zudem ein robuster Hund, der keine spezifischen Gesundheitsprobleme aufweist. Seine durchschnittliche Lebenserwartung beträgt etwa zwölf Jahre. Insgesamt ist der Blue Bay Schäferhund ein außergewöhnlicher Hund, der die Schönheit des Wolfs mit der Loyalität des deutschen Schäferhunds kombiniert. Es gibt nur eine einzige Zuchtstätte dieser Rasse auf der Welt, die von ihrer Schöpferin, Vicky Spencer, betrieben wird. Also, interessiert an einem Blue Bay Schäferhund? Es gibt nur eine Zuchtstätte dieser Rasse auf der Welt.